Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr kennt das ja Ja, wenn das stimmt, ist es ein Reaper Kann ein Flame sein Ja, deswegen, wenn das stimmt, ist es ein Reaper Wobei es auch taktisch sein kann, das habe ich schon gesehen Und Exit das gemacht Und als Dankeschön haben wir dann als Taun, ein Tauniger Lynchfahrer, eh wussten, wer der letzte Gottfahrer ist Ah, das ist kompliziert Und der Gottfahrer konnte ihn nicht mehr töten, weil er gejailt wurde, oder wie? Ja, er wurde halt gewohnt, ist Korriga Ja, oder halt so Ja, aber man wusste halt, wer es ist und man konnte dementsprechend das ganz easy aussehen Der Arbe-Typ, der dann dort gestanden hat Oh, zwei Tote Bei SK und Mafia ist das normal Das ist wohl richtig Bodyguard, das ist... Bist du tot? Nein Ich bin nicht neutral Was ist denn Mafia oder Taun? Ich bin Annie Schön Was ist denn Annie? Es kann Annie sein Perfektes Ende Perfekt, dass der SK weg ist Das ist sogar richtig gut Bei Dabich ist nämlich auf jeden Fall maximal ein Kill, es sei denn natürlich der Herr Demons-Kill-Kill nicht los Äh, wer ist der Jordan? Blankwolf Was ist mit mir? Sag's, du bist Annie, du ich seh's schon, du bist Aso Hehehehe Haaa Jester kann auch noch sein Der Rest ist alles festgelegt Killing, ne, Killing ist da Aber du vergisst, dass ich immer noch Mutual Evil sein könnte, ne? Ja, aber höchstens Jester Könnte auch ne Witch sein Stimmt, sie ist auch noch da Bäm, bäm, bäm Ah, die schon wieder Witch Warum wüsst man eigentlich die ganze Zeit G und Bottle? Gefällt das nicht? Wie es aussieht, gefällt das anderen Leuten auch nicht Schade Das ist ärgerlich Äh, was hab ich da verpasst? Die hat gesagt, der Sechse Erste Nacht Ach ja, richtig Und Whispert die ganze Zeit mit Bottle Na gut, ich würde sagen, ein Lynch am ersten Tag ist nicht geracedet Nö, passt schon Puh, wenn er jetzt Echse ist, dann Ist er direkt ein Report? Er hat davor gesagt, Thomas wäre sein Ziel So, nein, da wird Innocent Schön Ich wär's mit Schade Die sprechen sich die ganze Zeit ab Und Bottle-Worted-Inno Es muss da irgendwas Es muss irgendwann eine tiefere Bindung zwischen den Herrschern Mh-mh Mh-mh Sieh's kommen, ich renne in den Bett Bleib mal dabei Ich liebe dich allein in der Sofenschaft gekommen Mh-mh Nah dran Ich bin zwar nie in den Veteranen gelaufen, aber der Werwolf hat mich gefunden Kann ja sein Hast du einfach mal Wett reingeschrieben, du hast Spaß an der Freude Ja, weiß ich, der Ich hab jetzt nicht angenommen, was ich von ihm durch ihn sterbe Kann man machen, wieso nicht? Warum sind sie, die glauben sie jetzt nicht Wenn sie es glauben, sind sie dumm Der Death Note Peaceful Moth Wegen dem... Hä? Warum ist sie strange? Achso Ärgerlich Ich werde jetzt doch nicht auf sie gehen Weil der kommt mehr Survivor oder Werwolf hoch Das ist kacke Da hab ich keine Chance, es wird auch Pukki Holtz gehen Ich muss ja ein bisschen random rumwählen Kommt, die tun alle Yuma mit hoch wählen, weil sie nicht Veteran sein kann Wir wissen auf jeden Fall, dass einer von den beiden böse ist Entweder, also mindestens einer von den beiden Wir wissen, dass du ruhig Hat er denn nach, dass er Wett ist? Nee, ich hab reingeschrieben, dass er Wett ist Ach, du bist grad gestorben? Ja Entschuldigung, da hab ich nicht aufgepasst Der passt nicht auf Das hätt ich nicht gedacht, ich glaub du feierst dann oder sowas Auf den letzten Willen gucken Also kannst du schon mal keine Town sein Wenn du nicht aufpasst Er ist halt wirklich der Arse und wartet irgendwo in sein Kämmerlein Das war mir nicht warm Schwierig Ich mein, solange die Mafia nicht killt, ist es ganz gut, ehrlich gesagt Ich hab übrigens mein Stroll genutzt Das ist mir nicht anders geworden Ich hab mir übrigens einen Pack gekauft mit den ganzen Skins Aber mit dem Set hier Oh, das ist interessant Gigi Holtz Kein Killen Die Mafia tut halt echt nicht killen Fuck the heck Das wär echt bitter in der ersten Nacht Mafia gefunden Oder Krian ist Godfather und das ist seine Wartestrategie Seit wann hab ich denn Wartestrategien als Mafia? Ich würde als Ich hab das als Kay oder ein Werwolf mal gemacht Ja, wenn du wirklich noch ein anderer Kling da war Richtig Ich würde das aber als Mafia nicht machen Weil damit kannst du alle anderen Mafia irgendwo reinreiten Weil Townies kriegen dann mehr Chancen zu investigieren Ach, du hast dir dabei schon was gedacht Für mich sind halt wirklich Bottle und Also die 5 und die 11 Weil die haben die ganze Zeit miteinander gewispert Bottle hat die Nummer 11 runtergevotet Als er oben stand Bottle? Ja Mann, ich sollte schon sagen Ich würde das Bottle genommen außer mir Oder ist hin am Game Throne wieder? Nach der letzten Runde weiß man nie War gut, ich fand die schön Was fandest du daran so schön? Ich hättest sie fast gewonnen Du hättest sie fast gewonnen War halt knapp Der Afterlife is boring Bitte save mich hier, Mensch Da gebe ich dir recht, kleiner toter Townie Das ist gut Ach, so'n Scheiß Werwolf? Nö Oh Oh, die Mafia Oh, eh, eine Mafia ist tot Da traut sie sich mal raus Und dann ist sie tot Du warst zwei Backwood Das verrate ich dir jetzt nicht Du warst der Spy, weil Darum Weil darum Weil du nicht Du warst der Spy, weil du nicht Fuck in den Chat schreibst Nachdem du gestorben bist Hä? Weil Meme Master hat Fuck in den Chat geschrieben Ach so Genau Ist dann Du hast ja viele Informationen rausgekriegt. Ich würde den Survivor-Claimer auf jeden Fall hochvoten. Warum ist denn der Krian so still? Weil ich denke. Und zu seinen Zuschauern spricht. Ab und zu mal. Ab und zu mal. Du bist in dem Denken dann. Ja, ich muss nicht gucken, wie ich das hier mache. Ich find's halt kacke, dass du ja Mama nicht mitgehst. Warum stehen jetzt eigentlich von der Gehörts oben? Angeblich ist sie Witch, Survivor oder Berber. Oh. Relativ unwahrscheinlich bei dem, wenn jemand schon Survivor geclaimed hat. Auf jeden Fall ist sie jetzt tot. Wer weiß. Und da ist der Werwurf tot. Und das ist der Werwurf tot. Ohh. das wissen wir das ist eventuell das ist eventuell ich habe sie noch nicht aber ich trau ihn da lässt entweder exe oder survivor und ich werde ihn nicht irgendwie weil er kann kein werber sein also das ist cool diesmal sieht schlecht aus der scroll hat sich gelohnt okay ich hoffe ich hatte gar nicht so damit wissen wir deine mutter ist tot deine mutter ist tot nein ich meinte den spieler deine mutter aber ich meine deine mutter danke und natürlich wir wissen dass er sein die beiden verwirren mich die heißen fast gleich wer war gegen gegen und der wald gissel fang halt bitte gleich an der spy und der sk ich wünschte halt dass der spieler mit dem medium wenn es gerne jetzt hier helfen würde das wäre ganz nett problem ist ich denke dass er jay da war wenn er die rolle ist oder der exe der zum jester wurde war das mal vor für den fall dass sie nämlich jetzt hier medium ist ganz knapp gewählt bin ich mal gespannt was sie ist oder so so damit ist er komplett medium alles klar thomas ist medium damit ist schräg mal sagen gut job warum ist der krieren die ganze zeit so leise kannst du auch zu uns reden teile deine gedanken wir sind beide tot ich muss grad ganz kurz gucken ob mein alles stimmt ich weiß dass der kann das sein kann ok ich hab's wir haben gewonnen taun hat gewonnen ich weiß dass taun gewonnen hat ich kenne den letzten mafian ich kenne den letzten mafian du bist noch nicht tot ich lebe noch ist egal hast du gesagt du bist tot du bist gemein weißt du das und hast du jetzt eine mafia getötet krieren ich kann keine mafia krieren ich bin der investigator der alles rausgefunden hat okay jetzt bin ich total ist die flasche ja korrekt er ist botel ich bin botel ja weil ich weiß dass er medium sein muss und dann muss traiter nämlich der letzte mafiosi sein weil er konnte oder es war so blank wolf welche rolle und wer ist interessiert man kannst du raten weiß ich nicht ich hab nie aufgepasst ich hab das krieren er weiß es ja er weiß aber nicht wer du bist du weißt wer ich bin er kennt meine rolle ach du bist der äh exe claimende survivor claimende nein ich bin der der neben dir steht ach du bist der traiter ich bin der traiter du bist der letzte mafiosi oh god im prinzip hat es der executioner nicht mach ich gescrollt weil er hat zuerst thomas als sein target ausgegeben und dann mich als sein target hier ist auch nicht äh exe und wieso habe ich jetzt eigentlich angenommen dass du das bei bist denk wohl weil ich dachte verdammt oder auch mann oder sowas ja und dagegen da du dich so viel rein interpretieren weil du nur sagst auch mann wow ich glaube krieren ist jetzt tot wow 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 was ist los mit dem was ist los das problem ist ich würde dich ja töten aber son protective ist noch da und ich kann ihn nicht töten versuch's doch nö no risk no fun ach tony bist du grad mit mir warum das schlimme ist halt einfach dass wir dich nicht gewählt haben ja versteh ich nicht weil ich hab jeden gefunden oh biglanti hat mich erschossen sehr schön mit gilanti ich hab den echten survivor gefunden hab ich wenigstens noch den jailer getötet oder den town protector du hast den doktor getötet your mom war jailer ach richtig da war ja was no traitor godfaser ist mir geht mir irgendwie minimal auf die nerven wusst halt noch auch nicht in welcher nacht du mich untersucht hattest erst ja hätte ich das gewusst das ist die erste wahl hätte ich noch gesagt ich bin escort aber ich wusste nicht ob du mich die nacht untersucht hast wo ich zur mafia wurde ja es hat dich gelohnt diesmal den scroll zu nutzen als invest ja in notfall immer für den angeklagten gg gg ja war klar dass er auf bottl geht gg 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 gg